Und da sind wir wieder zurück mit Aya oder Mähdfarber. Und müssen jetzt nachgucken, wo das Geräusch herkommt. Vielleicht ging die Tür auf? Ja, natürlich ging sie auf. Okay, zu viele Fachwörter. Eine komische Pflanze schläft da. Es ist korrekt. Warum? Aja. Daran will ich nicht gehen. Ich weiß, was da passiert. Achso, warte, wenn es... ...kaputt ist. Kann ich demnächst tun. Hm. Ups. So. Muss ich hier überhaupt irgendwas tun? I don't know what will happen. Nein! Nein! Und... Platsch. Ich wusste es nämlich. Das kannte ich schon. Ich gucke nicht viel. Also, ich gucke von den Sachen, die ich Let's playe, so gut wie nie was nach. Aber das kannte ich jetzt schon. Durch einen anderen Let's Player. Eigentlich, wozu ist hier das Loch im Boden? Hä, 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 hä? Kann ich gar nicht ansprechen. Woll ich hier nur das Gem? Ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr hin. Warte mal. Es ist korrekt. Was hast du dazu, Puppe? Hä? So, wir müssen den blöden Köter noch finden. Der ist da. Ich sehe dich. Gott, hör mal. Wozu brauchen wir den? Vielleicht... Danke. Oder Hilfe? Ich habe da was gesehen. Warte, wir probieren es mal. Probieren geht über Studieren. Oder meint ihr etwa nicht? Ähm, Eier? Junk flows out of the pot. Irgendwas kommt da raus. Hm, ist hier nichts, was ich... Ist hier etwas, was ich benutzen könnte? Hm, ich glaube, dass... Ich habe eine Idee... Ich muss mal gucken, ob es... Klappt nicht. Warte. Ich probiere was. Da, woher wollte ich... Gab's jetzt? Ohne, dass mir was passiert? Nein. Okidoki. Dann klappt es nicht. Ähm, ja. Überall. Mit dem kann ich mir auch nichts machen. Halte. Kann ich das viel mit dem Skapell bearbeiten? Ich weiß ja gar nicht, ob ich da... Ne. Achso. Lingen wir ein bisschen zurück. Na. Es klappt nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Ich muss an diesem dummen Hund vorbei. Ich muss an diesem dummen Hund vorbei. Und jetzt wüsst du, wie ich an dem vorbeikomme. Und nicht die Maus im Bildschirm hätte. Was ist jetzt los mit dir, Hund? Warum hältst du an, sobald ich ins Menü gucke, in mein Inventar? Das muss ich nicht verstehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hm, wie kriege ich das hin? Ach, scheiße, hier sind ja die Puppen. Lesen sie nicht. Hm, kann ich nichts tun. Hier ist was aber auch mit der Wand. Hier ist auch irgendwas zugemauert. Was wollt ihr denn von mir? Hm. 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 Warum ist auf einmal Blut drauf? Warum war das vorher noch nicht da? Wer will uns tot sehen? Und warum kommen wir an diesem dummen Hund nicht vorbei? Ja. 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 Okay, das klappt nicht. Okay, damit beenden wir gerade dann eben die Folge. Oh, sie ist zwar jetzt kürzer, aber egal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.